Musik Hallihallo alle, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Sims 3 Wir sind zurück bei Sims 3, haben immer noch die Mission Jamie Julina kennenzulernen und uns mit ihr anzufreunden Aber schlafen momentan und haben Hunger Bis um 7, bis um 7 kann er ruhig schlafen, dann steht er bitte auf Dann muss er sich schnell duschen und Waffeln essen Und wenn er denn noch Zeit hat, kann er noch aufräumen Weil sauber lecken will er das, glaube ich, nicht mehr Das ist eklig Du bist gegangen, obwohl das Event noch nicht vorbei war, egal Ja, du sollst doch... Ich weiß, dass du Hunger hast Aber er hat keinen Spaß, ist mir egal Ach man, so Vielleicht sollte er noch einen Teilzeitjob annehmen So zwei Tage die Woche noch mehr Geld verdienen Nein, nein, nein So Ich sollte auch vielleicht noch einen kreativen Kopf hier ins Let's Play einbinden Oh, ich habe sogar einen Rauchmelder, ist ja cool Ist ja cool Okay, 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 okay Kennedy Haushalt besuchen Ich muss mich auf jeden Fall noch mit meiner Nachbarschaft anfreunden Finde ich wichtig persönlich So Es ist 7.46 Uhr Das wird wieder nichts Gut Zack Ja, aber essen musst du erst mal noch was Fährst du halt später mit Fahrrad Um neun geht's ja erst los Ne Ja, erst mal essen Später Wenn wir halb losfahren, reicht das auch noch So Hat er Mikro-Rucklein Na, nicht Mikro Äh, extremer Ja, da Gut Muss auch mal gesäubert werden, oder nicht Alter Geht das schon wieder los? Ich glaube es ja wohl Hallo Spiel Danke Moppt mich nicht Rumbasteln Machen wir später Ah, später Alter Es geht gar nicht Warte mal, kann ich das hier draußen? Mach ich das mal für ihn So, weg damit So, komm, du musst zur Arbeit, Alter Junge Junge, du musst zur Arbeit Der Koch Ja, beruhig dich Wann fährt denn die Arbeitsgemeinschaft? Hm Ich weiß es nicht Werden wir sehen, wann sie fährt Wenn nicht, denn nicht Äh, ich muss zur Arbeit Ist die Arbeitsgemeinschaft noch da? Äh, die Fahrgemeinschaft nicht Arbeitsgemeinschaft Alter Alter, das geht gar nicht Ich hab mich verbrannt Aber er riecht gut Jetzt isst er erstmal noch Er kommt zu spät zur Arbeit Ist zu spät zur Arbeit gekommen Er wird sich immer daran erinnern Bla, bla, bla So, hart arbeiten Aber erstmal noch gemütlich Frühstück essen Ich werde mir abends jetzt immer was vorkochen Was ich morgens Oh, essen kann Oh, Zeitungsjunge Geh mir nicht auf den Seite So Zeitung Obwohl, vielleicht kann er die noch lesen Ich leg dir die mal da hin Alter, das geht gar nicht Man hat hier einfach keine nicht genug Zeit So, das räume ich sofort weg Bevor es anfängt zu stinken Genau Fahrrad fahren So, dann war es schneller hier So Ein bisschen Musik wäre gut Ich sollte mal die Playlist Äh, mal ein bisschen erweitern Man kann hier ja Zack Unter Optionen Unter Musik Kann man ja Nee, da Kann man ja seine Musik irgendwie einbauen Muss ich mal gucken Ja Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen Repariere den Fernseher Und gib ihm Monika morgens zurück Um dir etwas Geld zu verdienen Das kriegen wir hin So, und ich muss Dingsbums noch kennenlernen Einhörner für Au Achso Das ist das Buch So, jetzt muss ich gleich mal hier Pause drücken Damit ich sehe Ob die da rauskommt Wer bist du? Bist du? Nee Ich suche meine Freundin da Was ist das? Eine Gruppe gründen Okay Okay Okay, okay, okay Ich komme nicht mal in Arbeitsklamotten Ich bin nur Organspender Aber guck mal, wie viel Geld Das hast du jetzt von denen nach Hause fahren Brauchst du nicht Auch wenn du keinen Spaß hast So Ähm Sim anrufen hätte ich gerne Wer bist du? Pause Wer bist du? Magenta Wolf Gut Gut Ich will jetzt aber erstmal Sim anrufen Vielleicht mögen sie mich ja heute Äh, Sim anrufen Um Verabredung bitten So, geht das? Ich kenne noch keine Leute Handy Sim anrufen Einladen nach Jamie Jolina Stadtpark Okay Komm, bitte 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 Nein, das interessiert mich gerade nicht Okay, ich versuch's nochmal Sim anrufen Einladen nach Jamie Jolina Ähm Ähm Buchhandlung Schwimmbad Schwimmbad Vielleicht Schwimmbad So, vielleicht geht's ja diese Vielleicht will sie ja Schwimmbad Vielleicht Mit dir möchte ich momentan nirgendwo hingehen Alter Ich will nicht Ach Mach rein so Handy Ähm Einladen nach Sie mag mich überhaupt nicht Monika Morris vielleicht Bitte, 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 bitte Komm schon Tut mir leid Ah, bis sechs Stunden Das heißt Sie muss scheinbar noch arbeiten Hm Wo wohnt denn meine Freundin hier? Von drei Strichen in einem Fjelleg Schön Da Da Ja, begrüßen Guck mal Da ist sie Ist sie OP-Schwester Hallo Monika Ne, warte mal Das war Jamie Jamie, ne Anton ist von Naturhaus freundlich Leicht neue Freundschaften zu geschließen Fahre Ausübereinträger Okay So, komm her Ich muss sie kennenlernen Ähm Eine Gruppe gründen Das kriegen wir doch hin Fähigkeit Logik lernen Das können wir auch später nochmal machen Hallo Unverzeihlich Unhöflich Alter Kennenlernen Freundlich Entschuldigen Freundlich Über Computer reden Freundlich Über Arbeit diskutieren Klarchi 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 Eskibo Kennenlernen Flirten Flirten Ne Romantisch Nach Sternzeichen Sorry Das finde ich gerade geil Sorry So, ich bin gestresst Ich bin angespannt Macht nichts Ich bin hoffnungslos überarbeitet Geil Grundstück mit Briefkasten Das machen wir auf jeden Fall auch noch ein Häuschen Äh, Häusle bauen Das ist ja auch geil Achso Das ist ja auch geil hier, ne Julina Ah, das hier ist ihr Haus Gut, jetzt weiß ich auch, was ihr vorhört Gut Hä, was ist da denn los? Schlechter Empfang Ah, sie ist da gerade Ach ja, sie arbeitet ja als Sportdings, ne Was für langweilig Alter Grimasse schneiden Ich geh da jetzt nicht ran Kannst du vergessen Ich bin nicht langweilig Spezial Computerflik Über Computer reden Nein Habt ihr schon Kämpfen Kämpfen Anbrüllen Einen Fall Einen Fall Von So Unfall Oh, alter Unfallchirurgin Ist das geil Ist das cool Ist das cool Ich fühle mich in Ordnung mit ihr So, mal gucken Nein, bleib hier Nein Wo ist sie? Da Das muss sie arbeiten Freundlich Schade Geht nicht Athletikunterricht Ne Was habe ich denn? Ich habe keinen Spaß Also fahre ich jetzt erstmal nach Hause Nach Hause fahren Komme ich mit Fahrrad? Ist ja cool So, dann kannst du dich wegen deinem Spaß Erstmal an PC setzen Computerspiele spielen Rumbasteln? Nein, nicht rumbasteln Hör auf damit Lesen, recyceln Ermäßig die Kurse Wochengeschehen nachlesen Okay So, was spielt der denn jetzt? Ah Er heißt einfach Tony Hawk Er spielt Tony Hawk Guck mal wie schnell der Spaß da steigt Mit jemandem chatten So, an sich müsstest du denn hier nochmal säubern Abendessen, Makaroni mit Käse Den kannst du eigentlich nochmal auf Klo gehen Brauchst du aber nicht Oh, wir sind schneller Alter Am Wochenende treffe ich mich denn mit Monika Und in der Woche Alter Dass er nichts lieber tut Als ihm Ja, vom Schirm Mit jemandem chatten Sitzen Wunderschön Säubern und dann essen So rum Ja Dann kannst du auch schlafen So Guck mal wie schön Ja, ich weiß, dass du müde bist Aber jetzt hast du erstmal Hunger So Meine lieben Freunde Wir haben es heute geschafft Mit Jamie zu reden Was ist das hier? Beziehung Nach Hause einladen Plaudern Okay Wer bist du? Ich glaube sie mag mich Kollegin Bekannte Oh Gott Gerhard ist mein Chef So Hier will ich aber Ich will mit meinem Chef Äh Richtig Was ist er? Gentherapeut Ist ja geil Ist das geil Haha So Ich liebe dieses Spiel Hab ich das schon mal gesagt Glückwunsch Level 2 Gegrillten Käse Und lebrige Carbonara Zu bereiten Ist das geil Hapa 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 Schlafen Genau Morgen früh Denn bloß noch einmal benutzen Und duschen Es ist schwer Okay Ich bin nicht mehr mit ihr befreundet Ich setze sie nur noch eine Bekannte Oder was Gute Bekannte Haha Sehr schön Was haben wir hier? Jemanden kennenlernen Das kriegen wir hin Das kriegen wir auch hin Gruppe Gründen kann weg Freunde Halt Schlimm diese Leute So machen wir noch schneller Freunde Besucher Arbeitsbeziehung Gudi Kann ich hier eigentlich Karre aussehen Reden Aufbrezeln Alter Aufbrezeln Hört sich doch immer gut an Kann ich mal die Flamingos hier Verkaufen? Die stören mich Fährt in etwa einer Stunde Das ist gut Kann sich trotzdem noch schneller machen Weil ich will wieder zu den interessanten Kann er sich mal hinsetzen? Ich habe eine Nachricht Ach ne Es bloß New It's you now You now Benachrichtigung Gehen wir heute mal pünktlich zur Arbeit Hu hu So Sehr schön Malerbetrieb Papier Nimm deinen Chef ein wenig Arbeit ab Und schleime dich so bei ihm ein Hart arbeiten ist besser Ich will ja befördert werden So Im Gegenteil findet Ausverkauf statt Okay will ich aber gerade nicht Ich habe noch genug Bücher die ich lesen muss Oh Mann oh Mann So Wer ist das? Wer ist das? Emma Hedge Emma Hedge Uuh Sehen sie gar schon ähnlich Sind das Geschwister? Emma Hedge Nein Hä Ey das täuscht So? Oh die Filme Dune Ist ja lustig So Eigentlich Aha Anästhesisten wäre einfach Aber Aha Hebel und Knöpfe Mhm Du fährst nicht nach Hause Du willst Dich mit Irda Plaudern So wo ist sie denn? Kuriert doch mal erstmal her Sie dürften Also meine Frau Conley Kumpeln Die sollte da sein Da ist sie Begrüßen So Bleib ruhig mitten auf der Straße stehen Achso gut Freundlich Kennenlernen Freundlich Über Computer reden Romantisch Romantisch Anmachspruch Romant Flirten Lustig Grimasse schneiden Lustig Zube Arbeit machen Spezial Sind für Humor Witz erzählen Persönlichkeit nachahmen Ne ich will sie erstmal kennenlernen Über Arbeit diskutieren Romantisch 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 Nach Sternzeichen Fragen Sollte ich sie nicht sogar nach einem Sternzeichen fragen Ne ne Also sie bestimmt irgendwann mal Aber Sie findet mich okay Und wir stehen mitten auf der Straße Kat Sie hält mich für lustig Juhu So Okay Wenn sie einen hat macht Und 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 Oh Oh Eine geiles Erhöhung gekriegt Oder wie soll ich da auch viel verdienen Ja Hm Nö Lustig No Was 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 Drinks holen Was Gucken Wäre lustig Okay Wie spät ist das Noch nicht Genug Okay Weil sonst würde ich gerne mal Einladen nach Da Okay Ich glaube sie kann erst ab 21 Uhr Ich bin mir nicht ganz sicher Ich glaube sie kann erst ab 21 Uhr Aber Ja In zwei Stunden Also 21 Uhr Gut Äh Ja meine lieben Freunde Dann war es das für diese Folge auch schon wieder Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Eine Folge werde ich jetzt noch aufnehmen Weil mir macht es Spaß Mir macht es Spaß Das spielt sich einfach so dahin So Kannst du hier Ja Gut Na ja Gut meine lieben Freunde Bis dahin Tschüss 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 Tschüss